so heute sind wir in gerda hahn und da besuchen wir das weihnachtsdorf gerda hahn das ist heute samstag der 12 und morgen der 13 11 bis 18 uhr und es lohnt sich vorbeizuschauen schaut auch mal rein mit mir zusammen oder auch alleine wie ihr möchtet viel spaß dabei so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.